Kuh hier er war das gibt manuelle Verbindung benötigt das heißt wenn er die Mauer er gespocken worden und auch was denn kommen wir müssen wir die Kräfte ja ja guck mal sehr unauffällig was tu denn her was macht sich selbstständig von dir das Rückgrat Na Collego du auch? dem puft einfach mal das Rückgrat guck mal da hier der Tank gebrochen ich guck mal nach hinten sehr simple Tankanzeige ein bis zu vier Balken was erwartest du dass da noch so Feuerwehrkaketen so pssiii sich gegenfliegen oder nö dass die irgendwie nur detailliertere Tankanzeige haben als vier Balken ich kann schon schön lösen drücken für äh wir sollen das wieder los machen warte mal ich komme hier so mit dir hab ich jetzt nicht gerechnet da kommt noch einer immer schön auf die Beine warte mal ich glaube wir müssen es wieder los machen alter ich muss den alter ich muss den Plasma Cutter dringend upgraden ne ich glaube wir müssen es wieder los machen ich muss dringend diesen Plasma Cutter aufrüsten alter der macht null schaden ja müssen wir halten ok der Tank ist voll versuch's nochmal schon besser ok ich versuche den Shuttle Antrieb testweise zu tüten geh in Deckung es könnte heiß werden ok höh recht liegt das ganze Teil in die Luft fülle rückzug ich kann natürlich den Knopf nicht drücken Mh... Na? Geht nicht? Lastenaufzug... Ah, jetzt, wenn sie fertig ist mit Reden, kann ich drücken. Keep... Keep clear, hm. Ja, seh' ich auch so. Ups! Wow. Loll, mach mal weg da. Äh, wie? Oh, hier lang. Wie's aussieht. Nö. Hä? Da! Philipp! Run back! Wohuhuhuhuhuhu! Dennis, das war... Das war geil. Philipp, go! Oh mein Gott! Ich push button. Ey, nein, ich hab meine Tage öffnet. Ich bin im Luft! Uahhhh! Das ist nicht so geil. Los, geh jetzt! Jetzt wissen wir aber, wo wir landen müssen. Ich wusste, dass wir durch müssen. Necrum auf Gliedmaß... Oh, und run! Schubsen wir sie rein. Oder auch nicht. Alter! Womit hab ich ihn getötet? Hab ich ihn mit nem Stase-Päckchen getötet? Äh, yo, Digga! Och, Mr. Incredible. Okay, schnell, hier durch. Durch! Hier durch! Ne? Da, wo ich bin! Ich bin gefickt. Alter! Ich regenerier mich, ist auch ein bisschen pisst. Schlase-Station! Benutzen! Geh, geh runter! Geh du, ich halt die nur auf! Lol! Ciao, Philipp! Fick den! Ich glaub, der kommt doch nicht durch! So! Er weiß schon! Ah, hier ist noch ein... Upsi! Da war noch ein Spinn! Hier ist der andere! Ich riech ihn doch! Oh, sorry! Das war ich! Ne, das war nicht der! Toll! Äh, komm mal runter! Ja, da ist er! Der Fahrstuhl kommt schon! Gut! Fahrstuhlmusik würde jetzt geil kommen! Ja, komm! Rein damit! Star Wars-Plastmusik, ne? So! Hier hau ich noch eine Staserin, Alter! Stase! Stase! Ah! Ach ja, ein Stase-Päckchen nimmst du, wenn du nichts hielst und Stase benutzt! Ups! Mr. Brutzel! Oh! Sowas macht also... Ah! Nein, nein, nein! Ich war zu langsam! Ich hab... Oh! Das kannst du nicht, ne? Hast du noch Stase? Äh, mach die Tür! Wer kriegelt? Wer kriegelt? Wo sind sie? Hilf mir auf! Warte! Philipp! LOL! LOL! Hilf mir auf! LOL! LOL! Ich weiß, wo wir lang mussten! Und wo? Den anderen Aufzug holen! Wer kommt doch in der Situation drauf sein Navi zu benutzen! So! I-Push-Button! Mann ey, das ist ne Scheiß-Stelle! I'm reloading! Ich mach den hier! Warte, ich hab den, der uns hilft! Ich hol Big Daddy raus! Sucher-Bot! Big Daddy! Äh, wir warten lieber noch eine Rolle! Nein, 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 nein! Dennis, wir warten lieber noch eine Phase! Wow! Nein! Noll! Ja, los! Ich mach erst mal ne random Rolle! HELLO! Ich werd gebrutzelt! Ich nicht! Du kannst sogar das Medipack benutzen, wenn du im Feuer bist! Komm Philipp, ich mach schon! Schneller kann ich nicht! Ich hab ihn gestarzt! Komm! Bin unterwegs! Upgrade-Platine hab ich gefunden! Ja, die hatte ich vorhin auch schon gefunden! Ähm... Dennis, um deine Stase aufzufüllen, drück einfach Stase, während du nicht zielst! Okay! Dann kannst du sie aufladen! Das ist der... Kreis! Der Kreis rechts auf deinem Rücken! Ja! Kommt er gleich? Da ist er schon! Mr. Brutzelmann! Früher kon... Ah, jetzt hab ich's! Okay, danke! Früher konnte man den mit Feuer noch killen! Aber jetzt... Nicht mehr, jetzt! Wir... Jetzt bis drei! Bup! Ich würd jetzt sagen, er ist bulletproofed, aber er geht ja schon kaputt! Ah... Ab wann kann man eigentlich sagen, etwas ist bulletproofed? Hinter uns! Ja, ich weiß! Ich muss noch kurz den Vorstuhl schon mal holen! Komm! Jetzt halt... Jetzt warten wir mal! Der kommt schon! Run! Äh, seh ich das richtig? Wir müssen durch das Feuer durch an dem... Run! Drück-Button! Okay, ich aktivier den Lift! Oh, Leute! Der ist in den Schachter geklettert! Äh, fahren wir jetzt auf die richtige Gesamte? Wenn der Shuttle startet, bevor er sich öffnet! Verdammt! Okay, ich seh mir den Antrieb an! Hier! 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 Trust me! I'm an Engineer! Dennis! Hallo, Philipp! Äh... Hinter uns! Da kommt er! Schnell Push-Button, du Idioter! Nämlich! Ob er hüpfen kann? Dann wäre das ungünstig! Wenn man eine Stase, der lässt sich nicht mehr auffüllen! Na, dann hast du kein Packchen mehr! Ach, du lebes Beste! Wir sind gut! Alter, ich hab auch kein Midi-Pack mehr! Und ich sie nicht gerade... Und ich seh nicht gerade... Und ich seh nicht gerade... Aaaaaaaaaaaaaaaah! Oh Gott! Und da kommt er wieder! Du hast sie! Ich nehm nur! Oh, das tut weh! Scheiße! Er ist hinter uns! Komm mit! Da kam was von der Decke! Aaaaaaaaah! Okay, das war's mit mir. Mit mir auch. Mann, ey, wir fangen jetzt schon wieder von da oben an. Erste Hilfe-Pakete werden, naja, ich kann's mit B benutzen. LOL! LOL, 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 ich bin in richtig guter Stimmung gerade. So, jetzt guck ich mir mal mein Inventar an. Ich habe noch zwei Medipacks. Kleiner. Ich muss ein bisschen... Du musst es ja auch alle verkaufen. Nein, ich hab's ja nicht verkauft, die letzten hab ich immer alle behalten. No run! Oh, gekonnt. Jetzt weiß ich, warum... Ich hab' mich gefragt, warum man in dem Spiel so viele Medipacks... Oh. Gishermaßen hat er dran, ne? Mr. Boom, bochtig. W- W- Benutzt... Ja, renn weiter ins Feuer. Ich bin ja nicht weiter, der Typ ist von selbst reingerannt. Oh, Gottchen. Gott, da war so ein Forever Alone-Kandidat hier. So, jetzt aber... Alter, aber... Hallo? Die Tussi bringt uns nur Probleme, ja, ich probier mal den Antrieb aus. Und so, ups! Ich hab' ich glaub' ihr wer gleich gebrutzelt. Ja, wir werden gleich gebrutzelt. I run like a boss. Ich hab' da was getrun! I run like a boss. I run like a boss. Ich hab' da was getrun! Ach, Gottchen! Der gnädige Herbruch... Ich brauch' nur einen Platz! Ach, Gottchen! Der gnädige Herbruch... ... mir hat Platz! Natürlich mach' ich den anderen Platz hier frei! So, ich werd' sparsam mit meinem Medipack umgehen. Ai, 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 ai! Hast du den Lift schon gerufen? Ja. Gut, da ist er. Ich bearbeite gleich schon mal den Typen. Fahr hoch die Scheiße! Das ist ja alles noch so funktioniert in so einer hitzigen Situation. Haha! Wortwitz! Haha! Komm, Schenkelknopper! Der brenzlig hier! Äh, you pushing... Oh! Ah, ja! Mister, ich komm' aus brennendem Lüftungsschacht gesprungen. Ja. Muss er denn? Da! Da ist der Lift, da ist der Lift! Rein in den Lift, rein in den Lift! Wo sind wir nochmal verreckt? Hier drüben jetzt. Ah! Das Schleusentor klemmt! Oh! Oh! Heizmaul! So, Lift runter hier! Okay, hier mit den Antriebang! Bin ich nicht hier! Komm schnell! Ach, ja, ja beide auf uns bei der Jagd, ne? Das ist unfair, nur weil wir zwei sind, heißt das nicht, wir sind wir besser als Eichner. Ja! Stell dir vor, es wären drei! Ich drück' mal kurz da lang, wir müssen da lang, hier! Nein, warte, warte! Ja, hier sind wir, Ferre, reing! Ja, hier sind wir, Ferre, reing! Ja, hier sind wir, Ferre, reing! Hinter uns ist was, nein! Nee, nothing! Und wenn, werde ich sie sehen! Okay, okay! Move, 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 move! Hier sind wir, Ferre, reing! Hier sind wir, Ferre, reing! Ja, hier waren wir schon! Wo war denn? Tür ist offen! Ah, ja, hier kam er runter! Was war das? Komm mit! Scheiß mal drauf! Nein, da war ein Medi-Pack drin! Komm jetzt! Bin hinter dir! Rückknöpfchen! I-Push-Button! Was war jetzt mit dem Antrieb? Jetzt macht's rums! Ich hatte irgendwie gerade die Kuchen... Ist doch nett! Lass... Natürlich! Einfach gegen anlaufen! Da steckt was im Antrieb fest! Ach! Hey! Geil! Geh ans andere MG! Geh ans rechte! Oh! Sei bloß vorsichtig, Isaac! Oh! Damit hauen wir die weg! Ja, schau! Wir sind jede Minute starten! Was ist mit dem vor? Der Antrieb hakt immer wieder! Ich versuche ihn so schnell wie möglich freizubekommen! Ja klar, wir klopfen ihn mit der GS rauch! Du musst immer diese Fässer kaputt machen, die da drin landen! Alter, wir machen selbst die unzerstörbaren Futsch! Alter, von denen bleibt nichts übrig, wenn du auf die schießt! Die machen wirklich einfach Puff und weg sind sie! Ja! Oh Gott! Der finale Countdown hat begonnen! Isaac! Ich bin voll stark! Das scheiß Teil hat sich im Antrieb verkeilt! Ja! Was denn? Alter, wie viele unzerstörbare gibt's denn da? Ja! Schnell öfter mal vor, die hätten wir alle an der Backe! Mach wett! Mach wett! Und jetzt gnädige Dame! Was sollen wir jetzt machen, deiner Meinung? Was? Oh! Baby! Ein auf Purzelmann! Und da bin ich wieder! Hui! He! 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 Versteck! Wir sehen uns wenn du zurück bist! He! 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 поп or I hate God! I love you! Hanse! Honestly, ich hab mich gedreht. Bitte hilf mir! am boden ausrichten wo es hier wie kannst du im weltall boden definieren raumdoppen denn es ja fünf sachen zu schießen nein ich will das kaputt machen und was soll das ich will das ding treffen die seine noch ein ob er nur begrenzt hat wir haben nur noch acht für da sind lämpchen wie eine landebahn geht der grömer b dann habe ich recht b und welcome ladies and gentlemen wir befinden uns im lande anflug auf die und es immer und der tür ist so und jetzt wir müssen an die decke fliegend in das und ich habe mich gedreht drücke y da hoch keine ahnung sieht so aus sagt den bischen b die sagt kommst du warte mal hier oben ist luft du musst unten rein und dann hoch fliegen oder die luft da draußen einmal holen wo bist du denn ich bin unten reingeflogen die ladefläche und dann innen drin hoch ach hast du jetzt noch luft ja klar lol leute mann ey ich bin unten ich bin unten ich bin unten ich bin unten